Ja, also wir haben uns natürlich riesig darüber gefreut, hat uns natürlich sehr viel Kraft dafür und auch sehr bestärkt in der Kampagne, wie wir sie umgesetzt haben mit der Agentur, dass es ein voller Erfolg für uns geworden ist. Ja, also wir haben die erste großmediale Kampagne gemeinsam umgesetzt und haben dabei viel gelernt, freuen uns natürlich über diese Wertschätzung unserer Arbeit, die wir mit dem Preis jetzt symbolisch bekommen und hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei und denke, wir können daran demnächst anknüpfen.